Danke fürs Warten. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Hier draußen sieht alles sauber aus. Tschüss. 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 Wollen wir? Klar. Hey, schau. Shivas Axt. Passt zum Symbol im Turm. Shiva. War der Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Keine wörtliche Zerstörung? Genau, aber auf eine positivere Art, wie den Stolz schlechte Gewohnheiten abzulegen. Alte Anhängsel loszuwerden. Genau. Ups, Ups, Ups. Damit soll der's treppen. Okay. Hey! Kommt! Lass uns reingehen. Was war das denn für ein Gebäude? Schwer zu sagen. Eine Festung? Sieht nicht wie ein Tempel aus. Ja, dann mal rein. Oh, Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen. Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Interessant. Weiter geht's. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Keine Ahnung. Was ist das? Affen. Du freust dich aber. Ich mag Affen. In dem Gebäude, da ist anscheinend was. Ja, Affen. Außer Affen. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Bilde ich mir das ein oder ist das eine Karte? Sieht wie unsere Karte aus? Das notiere ich mir. Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Sie haben die Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Noch ein Häuserler Andenken für meine Sammlung. Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Diese Figuren, das müssen die alten Häuserler Könige sein. Insgesamt elf. Über die Hälfte. Hilft uns das, den Stoßzahn zu bekommen? Glaube nicht. Aber? Es bringt Geld. Okay. Okay. Komm schon, lass uns weitermachen. Oh, wie langweilig. Sollen die uns die Sitze vollkacken? Und dann, lass uns die Sitze vollkacken? Sieht gut aus. Riecht gut. Dann los. Komm schon. Vier Augen sehen mehr als zwei. Riecht gut. Los geht's. Wartest du mal kurz? Verstanden. Wartest du unsere Position verraten? Ja. 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 Das war's für heute.